Du willst ein neues Leben? Ich aber nicht. Ich möchte mein Altes zurückhaben. Eigentlich dürfte ich gar nicht da sein. Angefangen hat das alles mit den Fotos. Ich habe in meinem Safe brisantes Material. Ja? Ja, brisant genug, um einen bekannten Politiker im Misskrieg zu bringen. Was haben Sie gegen Herrn Strache da? Mit dem, was der Anwalt gewusst hat, hat er nicht so weitermachen können am BBC. Ja, aber... Wer soll das sein? Johann Gudenus? Unser Vize-Bürgermeister? Ja. Und über Gudenus? Kommandant Strache. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Anwalt, den ich sehr gut kenne. Der hat eine reiche Mandante. Einer russischen Oligarchin. Das ist Donis aus Gudenus, Frau Makarov. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Wenn Sie das geplant hättest so richtig, aber jeder hätte gesagt, das funktioniert nie. Disco, disco, party, party, ne? Kennen Sie das? Wenn man schon zu weit ist, um umzukehren, dann geht's nur noch nach vorn. Na endlich. We're going to Ibiza. Es gibt einen Grund, warum wir uns trafen haben. Wir sprechen hier vom österreichischen Vizekanzler. Hi. Die Leute müssen hören, wie der Strache tickt. Die Geschichte muss raus. Das ist doch Scheiße! Scheiße! Es geht ums große Ganze. Die beobachten. Ist alle mehr Traum? Was ist? Nix ist. Wie nix ist? Es ist nix. Was soll das heißen? Es ist nix. Es ist nix. Wir haben nix. Quart nix. Was soll das heißen? Was soll das heißen?